Ja, heute ein paar schöne Bilder aus Eppingen bei bestem Wetter. Eine kleine Übersicht, was die Modelle da war. Sehr schöner Flugtag, sehr viele Leute, tolle Flugverführung und sehr gut kulinarisch dabei. Auf Ausschlag gestellt ist der Weltwurziger der höchsten Rollrabe und währenddessen gibt der Weltwurziger auch ein Foto. Wir haben nur über 30 Kameraden. Jetzt können wir die Fälle noch zeigen. Und dann können wir die Lage auch sehr dächtig stören. Und dann wird es ja auch schön, wenn es ihm gefällt, ja, der hat mal gehört. Das ist ja so, dass sie dann nicht alle Tage. Auch wenn jetzt die Musik läuft, wenn ihm das ganze gefällt... ... das ist ja ganz kurz, was ich mache... Es ist ja nicht wahnsinn. Absolut. Wir haben jetzt noch eine Ausflagsische Töne hier gemacht, aber wir können uns mal, die Kälter haben. einen guten piloten aus einen besser den anderen weniger und so kommt dann hier Kunstglugtauflichkeit so etabliert das Modell ganz präzise ausgefahren Applaus Wunderbar so sind Der ist hier abgesägt worden. Der ist hier abgesägt worden. Der ist hier abgesägt worden. Der ist hier abgesägt worden.